Hallo, ich bin Leonie Jonichkeit, komme aus Mohringen, bin 27 Jahre alt. Hier in Tödinghausen sind wir seit November 2014. Die Anlage habe ich zusammen mit meiner Familie gebaut. Meine Familie zählt für mich zu den wichtigsten Personen, die ich brauche und danach folgen meine Vierbeiner, die im Parcours, als auch hier zu Hause nicht nur Pferde für mich sind, sondern wirklich Freunde, die diese Spring mit mir bestreiten und immer für einen kämpfen und immer versuchen, das Beste und Möglichste rauszuholen und einem jeden Tag aufs neue Freude bereiten, wenn man in den Stall kommt, sie einen anschauen und voller Erwartungen sind, was der Tag bringt und was wir mit ihnen vorhaben.